ja er leute willkommen eine dritte Folge MW 2 es ist drei Jahre alt nun halten ich habe doch kein durch halb vier Uhr nach vier nachts Jahr und wir dürfen nur leisten ja mit von den Betrug auch bei der WM es hat mich da das darf man nicht man darf nur 9 Euro Eiko umdrehen und ziemlich dumme entdeckt werden und sie nicht immer gestimmt eine Fresse hält zu mir weil er aber alles ist meine Exklier das ist meine Exküpfung und wenn das Leben Eiko was soll ich sein komplett her bitte was heißt es nicht mehr nein ich bin gegangen so seit der Kürtel Prozent und ein ein Teil der Städte entlang ja ich habe zuerst gemessen ja es doch war es ich habe es so wichtig der Falle und es wird sehen und sehen nur ich verfolge zwei Leute deswegen ich kann aber weg Aua Aua Oh scheiße, jetzt sehe ich nicht mehr Wo ist denn Heiko eigentlich? Nicht schießen Hey Alter, Juri Host-Vorteil, ganz sicher Ja, natürlich Ich war ein Host-Vorteil, aber daran geht's richtig Das ist, glaube ich, echt realistisch Ja, Danny hat mich gemessert Hä, was, deine Mutter? Alter, Heiko Host-Vorteil Alter, Juri Host-Vorteil Host-Vorteil Ach du scheiße Host-Vorteil, host, host Der Horscht ist in der Hood Ja, was du? Wenn die Mannen nie in die Tränen Hey, du da Ach du scheiße Das machen wir mal mit Einplanen, dass man auch Hey, du da Juri Hey, hey muss der Türke L L L L L L L L L die Kursstattel Weg das ist so ein bisschen sie ja Euro so viel zu früh Möpsel von 1 gegen 1 und sind für dich wer ist eigentlich der Schwarze ich bin der Schwarze L bis zu rassistisch wenn ich aber auch ob es sind das ist ja noch nicht so ach du scheiß es war viel zu viele Leute Eiko das war mein Kind ich habe es zuerst gemeldet und er ist der Oberkühle hoch für die Brücke wenn die 5 aber dann möchte die Fuli erster geschossen nein die Lüge sieht es wieder im Kreiswahl die Flügel weggeraten okay Tessie in die Verlustvorteil und die Tüte Tüte mehr das war definitiv wer hat da geht Eiko hast du gerade geschossen ja ich hab dich angeschossen weil ich dich gemessert habe ist das ein Auto? ja warum das? weil es weit weg wird fuck Danny oh Gott I love you King du wirst du dir du wirst du wirst du wirst wer hat da mal eine krasse Waffe wer die einsetzen darf ich auch alles einsetzen was denn nicht einsetzen das war jetzt eigentlich es ist der wo man steuern kann nein nein denn ich muss total ja auch total auch vorteil du wirst du wirst du musst schräg rein ja bei dir geht es nicht weil du Horstvorteil hast ja schon ich sehe wie der Horstvorteil hat alter der zu haupten Horstvorteil man nur weil ich gerade meine Vorräte in der Hand habe und irgendjemand damit abschmeißen wir das so einen blauen Fleck bekommt zum Beispiel dich ja so schnell konnte ich nicht hintereinander besser ja alles geht nicht das war knapp das war knapp was was das ist ein herrier Airstrack nein das war das war das war ja ich komme von hinten nicht mehr ran ja ich komme von hinten nicht mehr ran ja ich dachte dass die Interview das hätte sich kurz gebessert ja das war ja ja es besseres innerne Vorteil ja 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 wo wollte sich wiking eigentlich ihn verschleppt ja 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 verschleppt ja 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 ich bin so nicht so laut ich selbst verschleppt er auch nicht so laut ich bin nur ganz ruhig toll aus nein 0 2 2 1 1 Alter fiktiv ich bin erster wenn ich mal etwas was in meinem Leben schaffen kann was zu nehmen oder eine Leiche weg von der Leiche weg ist der Weg ich dachte der Fälle der Gd über auf sich ja eben ja wenn er das so steht in ihren blauen Flächen passen doch was wenn wir uns die Mauer können ich werde erhältlich irgendwie oh Gott ja jetzt aufmöpchen die Köln die Euro Oh, wahrscheinlich. Möpse und Killen ist unrealistisch. Was ist das? Hey, wir haben ja scheiß Horscht. Warte, ich leckte schon. Hast du bedeutet, ich kann das. Wo denn? Der läuft einfach weiter hin. Der Kling hat sich angeschlossen. Ach, du warst weg. Er hat null Kills. Wo heißt uns, du mich auch noch? Wie lässt asozial? Wo seid ihr? Ich habe in einem Gehsehof platziert, wer zu mir kommt, ist tot. Du darfst nicht hoch. Was? Alter, es ist nicht weggekleidet. Ja, das war voll weit weg bei mir noch. Das war echt Horschtfutter. Alter, klar, aber Internet-Vorteil. Wahrscheinlich. Internet-Vorteil. Wahrscheinlich. Warte, ihr werdet. Was soll das jetzt? Internet-Vorteil. Aus-Vorteil. Ey, ich hatte die Schmerze. Ich kann doch mal schlafen gehen und nicht an Bauer und Sabernlack schürt. Lackschürt. Alter, Möpse, ja, wenn du das war. Auch falsche Woche. Mein Finger tut schon weh, weil ich immer so hot auf E-drück. Weil auf eine andere Teiste wachsen. Danny, Hacker-Vorteil. Ja. ORC-Band-Vorteil. Oh ja. Alter, dreckiger Finger. Ich habe einen Predator, Heiko. Oh, ja. Ja. Wollen wir sie beide starten und mal sehen, wer trifft? Achtung, eigentliche Aufklärungsreiche gesichtet. Okay, und let's go. Nein, Juli. Heiko, ich bin genau hinter dir die ganze Zeit schon. Wer ist dann vor mir? Juh. Nein, mein bisschen. Ach, du, du Vikings sieht jetzt auch nicht mehr schwarz aus, sondern... Äh, schwarz. Hast du mich gestackt, du asoziale Huren? Oh, scheiße. Alek, du. Nö. Ist, glaube ich, relativ ekelhaft. Fakt, zu früh gemessen. Naja, habt ihr schon 49 Kills. Kann man auch 69 Kills haben. Warte mal auf. Alter, was du eine Ficker. Hast du meinen Kopf gerade weggeschlagen? Ja. Bin, stimmt. Scheiße, ich würde was probieren. Ja. Heiko. Nacken kill. Schau, warte. Schau, warte. Schau, warte. Nein. Nein, da war ich noch nicht bereit. Bist du bereit? Geh, Alter, was in Horstvater. Äh, in der Notvater. Ach, da, hm. Nun kann ich meinen Kopf stabilisieren, das ist voll praktisch. Ja, Alter, das ist Kommando Pro drin. Alter, das ist Kommando Pro drin. Ist doch gut. Ja, da ist kein Kommando Pro drin. Nein, da ist kein Kommando Pro drin. Sepriotodag. Na, da ist kein Ballmer prey吸 Liberti, das ist vollkauf wenn sie St. Eine Isene. Eine Isene. Eine Christiane. Es ist rum realistisch. Sicherlich. St.. was für dich ich kann es gehen aus vorteil da wurde er hier Reigni ja heiko bei einem vorteil geil 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 geilen er wird Urteilt um ein bisschen e ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig Kollege ganz ruhig Kollege gar nicht nur der Gäste ist ja jetzt geht soweit wir haben zu selbst gibt es wird sind die Karte in der Karte ist nicht doch denn es war sein ist nicht gesagt dass man kann um wo es heißt wo jetzt erst passiert ist ja alles umfragen wo es erst gar nicht ich höre das überall klacken also Danny ja boah alter oh fuck Alter hat er einen gesteuerten Hilly steuerst du den Hilly? ja weil der Harrier macht sich kaputt alter wie alles eskaliert hier ach quatsch alter wie viel Aufklebungsdrohnen ja gell ich habe so viele gehabt ich habe die jetzt alle aktiviert ich auch schätze Juri Horstvorteil ist durch die Schissgarten kaputtgekickt Alter übel geflasht egal ich war schon wieder ich schon das war zu laut doch ein jemand wieder etwas vorrätemäßiges weil alles verballert zu schnelle Bewegungen ist nicht gut eine Echte mehr aufwärts aber ich habe auch oh du bist so ingenieur ach wir haben 9 Gigabyte fällt mir gerade auf ach so ja 9 ja dann habe ich verloren du bist so dumm du bist so dumm ich dachte du wärst Jonas war Jonas die ganze Zeit bekifftet ich bin nicht bekifft alter nicht? nein ich habe aufgehört schon lange naja würde ich jetzt auch sagen habe ich echt naja ich habe echt schon ich habe ja ja ich glaube ich habe aufgehört ja ich glaube ich habe aufgehört ja ich glaube ich habe aufgehört ja du hast mir aber gestern was anderes erzählt weißt du ich habe echt aufgehört halt deine Mauer du Bastard Danny Trini Jung nö Danny nö hä was war das denn keine Ahnung ich mag das Gefühl wenn du nicht wenn das Herz so schnell schlägt das finde ich richtig scheiße das finde ich richtig scheiße das finde ich richtig scheiße das ist der Fakt nicht so krass das ist der Fakt nicht so krass ja wahrscheinlich auch oh man wer weg kann alter was hat denn der für ein Speedhack was hat denn der für ein Speedhack du für ein Speedhack lol alter da laufe ich oh 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 wo bist du wo bist du wo bist du rechts von dir ach du ach scheiße und da kommt der nächste fick dich und da kommt der nächste alter fick dich ah ja jetzt aber Hausvorteil da ist der nächste Oha ihr gleich den Hausvorteil wieder ausspielt Pfff Leute wie sie reingerannt sind Alter gut dass ich das aufgenommen hab also runder wunderschön Alter Junge gut gemacht ist auch ein Wechsel wer schießt auf mich nichts zu wissen was tat er ich wurde gerade fast von meiner Vorratsgiste erschlagen du bist so behindert gleichfalls wenn der schießt jemand auf mich die die ist die in der Welt der Gäste das ist so wichtig Uhr haben geschützt hingestellt ist immer nicht mehr bist du behindert wenn der Text ab und auch wozu gesagt werden nein mein Geschütz und ja ist kaputt ist geschützt es ist Juli der wohl so umhängt alle besser durch weil es ein ganzes hektik oder meine Nase weil es nicht schon wieder tun aus dem Treffen etwa schädlich abgestochen war der das ist eine Wahl weiter das ist erfrischend auch mitgegeben er in den Vorräten Helio nach der Art von Raum und sein Wichser die Halt zu den Vorräten zu vorzunehmen nur seit solchen Lubs in der Tech Helikopter Ja, weißt du, was wir alles noch haben? Ein Eukon. Ja. Wie kann man das verkacken? Eigentlich auch grad. Die Cobra ist ja so schlimm. Ey, du hast die benutzt, du hast die benutzt, die darf man erst benutzen, wenn wir alle. Ja, ja, ich hatte noch eins, zwei, zwei. Okay, jetzt sag, alles benutzt, was geht, ne? Was, alles benutzt, was geht? Sag, ich hab dich schon, was macht das? Sag, ich hab dich schon, ich hab dich schon, Mann, ich hab dich schon, Mann. Den habe ich gehört, den habe ich gehört, Mann, Mann. Ich kann nicht, okay. Ich kann nicht, okay, entgleichen. Er kann nichts zu tun. Warum schießt du auf mich? Auch wenn man wusste, Jonas, der hat den Strecht sie wieder! Boah, jetzt mobbt ihr mich voll, nur weil ich eine bessere Sache habe als hier. Jonas, wolltest du dich eigentlich schon vor drei Runden pennen gehen? Ja, hättet hätte Fahrradketze. Was? Warte, das passt gar nicht. Der Drecks, die weh. Der schießt auf mich. Oh man, jetzt habe ich dich verfeuert. E-Signal. Ich wollte die ganze Zeit. Jonas, soll ich sagen, jetzt, Jonas, 비디오, Jonas, Jos, trich, um, Jonas, trich, um. Und meinst, konnte ich nicht mitholen. Das ist ja mal negativ. Dauer. Juli, der hat mir wehgetan. Alte Juli hat auch noch einhergeholt. Juli, das hat weh getan Juli, dein Ernst Juli, das hat weh getan Es tut nichts mehr weh Hier, Juli, hier unten Hallo Fein Hä? Ich darf mich dann Aber ich meine alte Klasse wieder So, alle mit Semtex, also ich werde jetzt den nächsten, den ich sehe mit Semtex ab Was nicht? Stopp So, 2, 1 Heutzutage Das war's für diese Folge Wir gehen jetzt ganz oben 3.69 Kills ist die Witz Das war's für diese Folge Lass keine Leitkette Lass deine Abudierter Das ist das Das ist das Und 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 Bis Zum nächsten Mal Adios Und das ist Schlafgut